Haben wir eigentlich noch Holz? Haben wir gar nicht mehr, ne? Das sieht nicht gut aus, ne? Mit Holz? Mit was denn für Holz? Na, ganz holziges Holz. Es gibt ja vier Holzarten. Ach, hier sind ja Eichenholzbritter. Was wollte ich jetzt machen? Zaun. Erstmal wollte ich gucken, ob wir noch Zaun haben. Hier haben wir noch eine Tür. Da brauche ich nur eine. Hä? So. Zaun haben wir nicht mehr, ne? Ne. Ne. Zaun habe ich. Eisengitter haben wir. Die kann ich mir ja gleich mitnehmen, ne? Ich weiß aber nicht, wie viel Zaun ich brauche. Aber ein bisschen Zaun brauche ich. Was haben wir denn da noch in Haken? Stöcker. Eichenholzbretter. Weißt du was? Ich mache erstmal Fackeln. Wir haben gar keine Fackeln mehr. Ich brauche noch Kohle. Wo ist denn hier die Mitte? Ne. So nicht. Jetzt brauchen wir die anderen Öfen gar nicht mehr, ne? Ein für sich nicht. Dann mache ich erstmal genug Stickys. So. 64. Reicht das erstmal? Da. Wir haben gar nicht so viel Kohle. Oh. Gucken, wie viel Fackeln ich da rauskriege. Ach, Spinne. Ernsthaft? Ja. Hey. Spinne am Morgen macht Kummer und so. Wir brauchen Kohle, Olli. Äh, Manfred. Kohle haben wir noch? Ja. So ein Ding haben wir. Oder wo haben wir noch irgendwo Kohle versteckt? Oben sind die auch noch Stickys. Oben sind noch Kohleblöcke. Eine. Das ergibt vielleicht noch 7... Eine. Äh? Hier ist ein 57 Kohleblockes hier. Ja. Umgerechnet sind das vielleicht 7 Stacks bis 8 Stacks. Ach, hier. Ich muss den 1-Slot packen. Und unten ist noch ganze Kohle. So. Ach, hier sind ja noch Fackeln. Dann behalte ich die, die ich gemacht habe, ne? Hier sind ja noch 2 Stacks Fackeln drin. Fackeln. Und Zäune? Hast du mir die gebracht? Oh. Da war ja was. Hihihi. Klack, 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 klack. Hälfte, klack, klack. Jaaaa! CDU6 Lippl machen. Spinne. Wird schwimmen. Dann ist ja ein Schwimspinne. Ah, nicht ans Loch! Ach, ne, hörst du nicht! Schwing, 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 schwing. Bleibt da hinten. Hackel obendrauf. Das freut mich ja zuhauf. Das gefällt mir, Olli. Was denn? Ich habe aber noch eine andere Idee. Haben wir noch so eine Halbsteine? Die habe ich doch bestimmt im Rucksack. Soll ich dir vielleicht helfen? Nee, nee. Wir müssten vielleicht mal gleich schlafen. Ach nee, ist eh gleich vorbei in der Nacht. Woran siehst du das? Am Mond. Am Mond. Jetzt kommt wieder Musik. So, vielleicht daran ist das Schiff bauen. Das gefällt mir eigentlich mit den Gangen so hier oben. Das sollten wir tatsächlich so machen. Und hier eine Leiter bauen. Geht das? Ach nee, hier ist ja eine Tür. Ah, dann geht es nicht. Das gefällt mir besser mit der... Das... Das sollte man vielleicht... Ich werde es mal einfach mal tun. Mal gucken, ob es dir gefällt. Wenn nicht, dann habe ich ganz viel zum Abbauen. Uh. Lieber mal gucken. Ich muss mal richtig steuern können hier. Komm nicht hoch. Ich mach jetzt. Oh, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Warte mal, ich mach jetzt. Ich hab... Wir haben auch gar nicht so viele Zäune. Das war halt noch mehr Zäune bauen nachher. Die Zombies... Die Zombies steht bei... Einer steht immer bei einer Statue. Sieht richtig lustig aus. Ja, die gefällt ihm. Kommen die nicht mehr da weg? Soll ich euch helfen? Ja... Sieht gar nicht schlecht aus. Ich hätte das eher aus Steinmauern gemacht. Nee, ich mach das mit Absicht aus Holz. Das ist ja eine alte Ritte, der Burg. Ach so. Verstehst? Da war das halt so. Da hat man nicht alles aus Stein gebaut. Hatte ich ja schon mal erklärt. Das kostet ja auch alles Geld. Nein, kostet doch schon. Zwei. Und vor allen Dingen kann man hier bei der Gelegenheit noch Fackeln setzen. Das ist nicht recht. Und zwar... Gucken wir zwei auslassen. Eins, zwei. Fackel. Eins, zwei. Fackel. Die müssen sich ja nicht alles fertig machen, aber nur mal irgendwo anfangen, damit man weiß, wo man dann immer weiter bauen kann, ne? Richtig. Fackel. Ich hab noch Zäune. Ich hab auch noch so eine Platten. Oh, toll, dass die wegmachen auch noch da hinten. Ja, ich hab einen neuen Brucksack. Ja, ich bin ja ungünstig mal gestorben. Ja, 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 ja. Manchmal stirbt der Manfred halt und dann wird es ganz schön kalt. Sag mal, sag mal, jetzt. Ah, geht nicht. Blöde Treppe. Das sieht auch doof aus. Denn ist das hier eben nicht so. Da muss man hier eben aufpassen. Ich hab sowieso noch drei Zäune noch. Hier sind die erstmal alle. Passt doch. Tschupp. Vor allen Dingen ist das dann nachher schön erleuchtet. So indirekt. So indirektal erleuchtet. Ach, das ist auch nicht richtig. Oh, ich dreh durch. Ja, dreh durch. Los, dreh durch. Haben wir hier oben, haben wir auch Luken sonst reingebaut. Aber das brauchen wir ja hier eigentlich gar nicht so unbedingt, ne? Nö. Bei den kleinen Türmen hier. Trefft das Loch nicht. Ich weiß nicht, wie man das bauen soll. Was denn? Das Schiff. Ach, Junge. Wie ein Schiff halt. Die sind ja alle Türen auf. Wer macht denn das? Moment, Tür zu. Hier ist schön. Hier ist der Eckturm. Den Turm muss ich auch noch weiter bauen. Aber ich guck mir das jetzt erstmal an, wie das von vorne aussieht. Das müsste man natürlich noch so ein großes Tor haben, ne? Du wolltest, glaub ich, noch Gitter haben, ne? Die hab ich mir schon genommen. Ach, da waren welche drin? Du wolltest ja auch mit dem Dings anfangen. Hier ist noch ein bisschen Gammelfleisch. Sag mal, du bist bei der Mühle, ne? Hm. Ich eine. Fang jetzt schon zum zehnten Mal neu an. Du kleine Geile. Uh. Was wird das denn? Das wird aber groß. Wirst du das so dicht an der Brücke bauen? Ja, ich weiß sonst nicht, wie. Sonst macht die hier doch eine größere Fläche. Bau doch hier einfach was ab, dass du hier mehr Platz hast. Denk ich falsch. Ich hab das schon probiert. Nicht zu doof zu. Macht aber nichts. Ich auch. Boah, sieht das schön aus. Da fehlt Zuckerrohr in der Mitte drin. Ist das mit Absicht? Könnten auch mal wieder was ernten, ne? Scheiß, das ist auch wieder falsch. Oh. Ich baue nie wieder. Wer? Ich will dich nicht stören. Mach mal. Stören kann man mich nicht dabei. Mach mal. Ich muss mir, glaube ich, gleich was zu trinken holen. Ich hab schon einen ganz trockenen Schlund. Es bröselt mir schon die Zähne aus dem Mund. Was ist denn das erste Mal? Was ist denn mit Steinen? Ich liebe die Hühner. Besonders, wenn sie tot sind. So, wir gucken gleich mal rein. Ja, Hühnchen und Fäden. Oh, sind die laut. Oh, wer braucht so viele Eier? Ich. Kann ich noch mal Hühnchen ziffen? Das ist doch der Wahnsinn. Jetzt hab ich 40 Hühnchen. Ich hör nur. Plupp, plupp. Es passen ja auch immer nur 16 Eier. Kann man die nicht auch in Blöcke machen? Das stimmt. Die Federn haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ja. Wir haben so viele Federn. Wir haben so viele Fäden. Ich werd nicht schlau draus. Was war ich denn falsch? Viele Fäden. Da vielleicht? Nein. Da vielleicht? Nein. Da vielleicht? Nein. Holen wir die Klappe auf. Zu. Wo kommt das hin? Da doch nicht. Da doch. Da hab ich schon. Hier ist doch nix, ne? Nein. 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 Redstone. Wir haben ja noch ein paar Diamanten. Noch hält der Helm. Wo haben wir denn? Hier haben wir Holz. Oh, scheiße. Stimmt ja. Das haben wir ja extra gemacht. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Hier ist die Dreckkiste. Wo haben wir denn das ganze Pulver sonst reingemacht? Weißt du auch nicht mehr, ne? Da, wo die Kohle-Truhe war. Also hier oben. Da mach ich das Pulver hier rein, ne? Du hast so viel Dynamit gebastelt, wa? Das will ich nie tun. Das klang so glaubwürdig. Oh, ich sollte mal was essen. Das war ja auch glaubwürdig. Da steht ja immer noch Äh dran. Gestern war die Folge, wo wir dem Haus einen Namen gegeben haben. Und so heißt es immer noch. Wie kann das sein? Wo kriegen wir Ton her? Ähm, findet man am Wasser. Aber nicht viel, ne? Doch. Kommt immer drauf an, wie viel du denn zusammen brauchst. Na, ich wollte eigentlich dieses Haus mit einem Ziegeldach versehen. Okay, da brauchst du doch ein bisschen mehr. Aber wir sind ja in einer Burg. Eigentlich wäre das nicht logisch. Ähm... Ah, ich werde jetzt mal... ...erst mal die Fenster verbasteln. Ich werde die jetzt mit der... ...werde die jetzt erschaufeln. Ey, was machst du hier drinne? Da steht ein Knochenmann in meiner Ritterburg. Äh, mein Turm. Ja, er möchte einziehen. Oh, ich hab ihn tot gehauen. War das gut? Das war böse. Nein, das war gut. Wie soll ich denn da überhaupt hinkommen? Da. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Da. Nein. Da. Au! Hehe, geht. Geht nicht. Ich brauche mal eine Drecktreppe. Die wird aber nicht reichen. Dann kommt... Ja. Wie das? Ja. Ja. Das ist sogar richtig. Warum ist ein da ein Block? Warum ist da ein Block? Au. Warum ist da ein Block? Bin verwirrt. Warum haben wir hier einen Block hingesetzt? Das ist doch bestimmt nur aus Versehen, ne? Nehme ich mal an. Hab ich da echt noch einen Block oben drauf gesetzt? Ne, kann doch gar nicht sein. Jetzt haben wir überall geht der Fenster drin, ne? Ja. Schön. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Mal gucken, wie das hinkommt. Hm. Das wird wohl nicht so ganz gehen, wie ich mir das vorstelle. Muss das so gehen? Ne, ne? Nichts sagen. Weiß sowieso nicht, was ich mein. Fackel. So. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3, so. Start zu früh. Warum? Auf der Mitte. Ich werde heute noch infantil hier. Es wird entwickeln mich zurück. So. Hier will ich jetzt eine Stufe hinhaben. Das muss doch gehen, verdammt ich! Geh doch. Sag ich doch. Hier will ich auch eine Stufe hinhaben. Geh doch. Sag ich doch. Der ganze Dreck muss weg. Da muss der Bruchstein rein. Aber ich baue das erstmal. Dass es geht. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Ja. Nein. 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 Wer kam so angeschlichen? Toll. Wer kam da angeschlichen? Der Krippe. Er kam wie nur völlig ins Gesicht und hat Bummen gemacht. Und hat der Bummen gemacht? Toll. Jetzt die Erde komplett kaputt. Ich habe gar nichts knallen hören. Ich habe dich nur Nein sagen hören. Aber ich habe wieder ein bisschen Musik. Ich bin auch ein bisschen weiter weg. Ja, ich glaube dir das. Ich brauche Holz. Wir haben noch welches in der Truhe. Und wir haben noch unsere Baumfahnen. Kannst du doch auch missbrauchen. Das ist hellholz. Ich brauche dunkel. Achso. Das haben wir nicht. Das stimmt allerdings. Wo habe ich denn das jetzt da? Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ja, der alte Mann baut immer komisch. Der ist ja auch komisch. Frag den Manfred. Der kann davon ein Lied singen. Los singen. Sing, Manfred, sing. Ach toll. Das ist mir runtergefallen. Wie geht das? Ich könnte das noch breiter bauen. Das ist gut. Und ich baue Scheiße. Toll. Das geheime Sinn. Aber ich muss die Treppe noch tiefer nach unten bauen. Oh, nicht so. Warum mache ich das jetzt eigentlich so? Ich weiß das gar nicht. Erstmal wollte ich hier so einen Gang runterbauen. Ach, ich bin so blond. Blond am Abend. Ist erquickelnd und klar.